5, 4, 3, 2, 1 Das war der Countdown zum Start des World Festival of Youth and Students 2017 im russischen Sochi. Unfassbare Maßstäbe, wahnsinnige Manpower, hochinteressante Begegnungen und ganz viel russisches Prestige. Sogar Wladimir Putin war bei der Eröffnung anwesend. 25.000 Teilnehmer aus 185 Ländern, darunter vier Studenten der privaten Hochschulen Makromedia. Wir studieren Sportjournalismus, Sport- und Eventmanagement und Medien- und Kommunikationsmanagement am Campus München. Was wir alle gemeinsam haben, wir spielen seit unserer Kindheit Fußball. Deshalb ist es für uns Meet the World Cup. Im Vorfreude auf die WM im nächsten Jahr hatte die FIFA Internationale Hochschulen zu einem studentischen Turnier eingeladen. Die Makromedia hat uns die Teilnahme ermöglicht, um die Organisation der Reise haben wir uns gekümmert. Unser Fazit, eine extrem spannende Erfahrung, auch im Hinblick auf unsere berufliche Zukunft. 2022 Indian Teachers Pull up New Berlin Indian 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 Untertitelung des ZDF, 2020